Hallo zusammen, ich bin Lisa, ich arbeite im International Sales für Betty Bossi und ich möchte euch heute meinen Kitchen Hack zeigen, was man nach den Festtagen mit all diesen vorgebliebenen Biber und Lebkuchen anstellen kann. Ich schneide meinen Biber und schneide Würfel, damit ich ihn in Butter anbräteln kann. Ich habe meine Würfel jetzt in Butter anbrätelt und kann sie jetzt als Einlage in die Suppe tun.